Ja, und da sind wir auch wieder mit der dritten Reihe. Ich werde dir mal wieder eine andere Musik auswählen. Oh ne, ich habe mit Hinweis gemacht. Ähm, da gehen wir immer aus dem Level raus. Ähm, falscher Knopf. Aufgeben, ja. Mal natürlich ohne Hinweis. Ähm, machen wir mal die dritte. Oh, wieder falscher Knopf. Okay. Ich hatte auch eine Lieblingsmusik, ich glaube es war die fünfte. Boah, die Musik gefällt mir gar nicht, sorry. Äh, die Musik hat mir am besten gefallen. Deswegen lasse ich die mal an. Ja. Ja. Sorry für Leute, die anderen zwei Musik mehr mögen. Ja, dann gucken wir mal. Dann muss es hier auf jeden Fall sein. Und hier. Ja. Ich hoffe es läuft auf jeden Fall diesmal besser. Komm, es ist Symmetri. Äh, nicht Symmetri, sondern hier so, so, so. Ah, gut. Ich glaube das Level ist einfacher. Ich glaube es ist ein Mond. Und? Ja, das Level gefällt mir doch deutlich besser. Das ist doch viel schöner. Ja, wie schnell das ging. Sieben. Okay, vier. Äh, ups. Da war ich zu vorschnell. Zu vorschnell. Ja, ein Mond. Zack. Oder ne Siche. Kann's auch sein. Nein. Aber es gibt auch 15x15 Felder. Ja, nicht nur mal 10, sondern wird noch viel geben. Aua. Da war ich wieder zu bisschen doof. Ich denke mal, dann wird's so sein. Okay, oder nicht? Hm. Da war ich wieder zu vorschnell. Okay. Nein. Ist das ein Stern? Kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass es ein Stern ist. Eins, zwei, drei. Acht. Okay. Sieben, zwei. Es kann nur so und so und dann... so sein. Ja, sieht nach nem Stern aus. Ja, wo kommt mir jetzt noch was hin? Zwei, eins, drei, drei. Oh. Okay, ein Stern. Ja, okay. Passt Mond und dann Stern? Ja. Das passt. Great. Der Tag ist heute eigentlich Donnerstag. Okay, heute müsste wieder ein Part hochkommen, wo Genghis mein Purple White spielt. Ja. Ich werde es trotzdem heute hochladen irgendwie. Und wie mach ich das dann? Hm. Wie mach ich das dann? Hm. Wie mach ich das dann? Mal sehen. Ich werde jetzt aber erstmal nur zwei Parts aufnehmen, wenn ich Schluss machen könnte. Mal ein anderes mal weiter. Vielleicht lade ich auch nur einen Part monatlich hoch. Weil so viel Zeit hab ich ja auch nicht zum Zocken. Zwei. Okay. Komm, ich mach mal. Okay, dann ist sie unten. Dann ist das so und so. Jupp. Kann hier nichts mehr sein. Hier und da auch nicht. Hier denke ich auch nicht. Zwei und dann irgendwo noch eine Eins hier. Ähm, hier. Ach, das ist ein Boot. Ich verstehe. Ein Boot. Oh. Das war doof. Sehr doof sogar. Ja, ein schönes Boot. Okay. Ah, das ist das Segel. Oh, das war echt doof. Was fehlt denn noch? Zwei, drei. Da nix mehr. Da auch nix mehr. Hä, was fehlt denn jetzt noch? Mal sehen. Zwei Aufklärhefe noch. Ja, ein tolles Segelboot. Ja, stimmt sogar. Aber der englische Begriff. Ja, mal sehen, was jetzt kommt. Ja, ich hab mir, wie gesagt, ein paar schon angesehen. Bald wird's aber blind. Okay. Okay. Vier und vier. Hey, ähm, ähm, ich sollte nicht immer so vorschnell sein. Hier kann nichts mehr sein. Ach, das ist ne neun. Das ist gut. Da kann ich so machen. Okay. War ein bisschen gefährlich eben. Soll ich denn eigentlich hier nur acht Felder. Äh, sieben machen. Hm. Vier und eins. Kann hier nichts mehr sein. Was ist da? So ne Fabrik. Sieht aus wie so ne Fabrik mit so... Dings. Kay, unten. Vier. Nein. Kay weiß jetzt aber. Ah, das ist ein Auto. Kay, fünf. Drei und drei. Da hab ich ein bisschen Angst. Okay, war knapp. Da muss das so sein. Acht und eins. Okay, zack, zack, zack. Dann hier noch. Mal sehen. Vier, sechs. Zwei, eins. Hm. Ne, es kann nur noch hier sein. Okay. Ein Auto. Die Lellen werden schwerer. Die kommen langsamer voran. Ohne Hinweis. Wir haben die schönen Zehnen. Die Neunen. Das war mal ein schöner Startpunkt. Mal sehen. Vier. Hier kann nichts mehr sein. Okay, dann wird das so sein. Dann ist hier nichts mehr. Sieben. Hm. Zwei. Okay, es kann nur so sein. Weil sonst wäre nicht genügend Platz. Wird das wohl auch so sein, oder nicht? Ah, ich glaube das ist der Kaktus, oder? Ja, denke ich mal. Sechs. Dann ist das wohl so. Ja, ich habe mir wirklich schon ein paar Parts angesehen von den Typen da. Sorry. Hä, vier? Oh, okay. Ich habe es verstanden. Ja. Ja, ein schöner Kaktus. Yeah. Okay, unsere übrige Zeit wird da angegeben, die wir noch übrig haben. Hier haben wir einfach noch ganz viel. 8 Sekunden. Speedrun hier. Also wir haben nur 8 Sekunden gebraucht. Okay, 10. Und dann so. Und dann so. Dann so. Weil hier muss sein. Ah, das ist wieder so ein Fall. 7. 6. Was ist denn das? 8.1. Okay, ist auch wieder. Dann muss das so sein. Hm, was ist denn das? Hat man das Herz eigentlich schon? Hat man gerade auch? Ne, ich glaube nur das Herz. Das Herz hat man noch nicht, ne? Okay. Ähm. Okay. Ich war jetzt geraten. Okay. Ich muss aber sein. Hm. Ah, das ist ein Apfel. Jetzt hat er nämlich doch schon. Oh-oh. Oh-oh. Der Apfel muss so ein bisschen runder werden. Mal sehen. 1, 2, 1, 3, 4, 2, 7, 10, 1, 8, 1, 8, 2, 7, 8 und 6. Okay. Ein Apfel. Yeah. Aber ich glaube 2 rein werden wir nicht wieder schaffen in einem Part. Nein. Null und 0 und dann ist hier natürlich die 9, 6 und 2. Kann nicht anders sein. Okay. Das lief gut. 6 und 1. Dann muss es hier sein. Wobei hier ist ja nicht 1. Dann so. Oh. Okay. Nee. Aber dann haben wir es jetzt auch hier. 5, 1. 1. Hier unten? Okay. Ah, dann bestimmt... Oh, nee. Das war falsch. Dann haben wir es auch hier. Kann hier nichts mehr sein. Ah, hier kann hier auch gar nichts mehr sein. Da habe ich die 1 eben übersehen. Dann muss hier die 3 sein. Kann hier nichts mehr sein. Da kann nichts mehr sein. Fünf. Okay, ist auch wieder falsch. Hier. Oh. Oh, oh, jetzt sollte ich aufpassen. Sind wieder eng. Ja, da habe ich versagt. Ich bin schlecht. Nein, ohne Hinweis. Und zack. Wie war es nochmal? Hier. Eins, zwei, drei. Vier und fünf. Ja, hier. Ähm, ähm. Kann hier nichts mehr sein. Okay, da auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Sonst. Hier kann nichts mehr sein. Ähm, zwei, sechs. Okay. Sonst eins. Okay, ist auch falsch. Ah, hat. Drei, eins. So, hier kann nichts mehr sein. Da auch nicht mehr. Hm, was wird das ein Haus? Okay, kann auch nichts mehr sein. Ah, dann muss hier so sein. Okay, ich habe es, glaube ich. Das muss ja so symmetrisch sein. Ist das eine Flamme? Ähm. Oh, ich habe irgendeine Fehler gemacht. Okay. Für mich sieht das aus wie eine Flamme. Aber es ist eine Chesnut. Kastanie? Ah. Oh, ich bin gleich schon wieder erschöpft. Das ist auch mir jetzt anstrengend. Fünf, fünf, fünf. Okay, eins, eins, eins. Eins, vier, zwei. Mal sehen. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Nee. Hm. Ich glaube, hier muss ich raten. Ganz vorsichtig. Okay, kann hier nichts mehr sein. Ah, ist symmetrisch. Ist das die Uhr? Hm. Ich bin tot. Ja, ich... Oh, Mann. Bin ich doof. Aber ich glaube, so ist es dann. Hm. Eins, vier, zwei. Das heißt, hier muss sein. Hier kann ich mehr. Eins, drei, drei, vier. Vier. Hm. Eins. Was? Ach, hier eine Eins. Zwei, drei. Ist nicht symmetrisch. Eins, eins. Zwei. Okay, ich bin tot. Das war doof. Ja, ich bin nicht super. Ohne Hinweis natürlich. Ups, er hat mich verkriegt. Heute einfällt weiter runter. Okay. Ja, ich sollte wieder ein bisschen denken. Wäre vielleicht wirklich angebracht. Da bin ich gleich schon wieder weg. Beim nächsten Fehler. Okay, gehen wir jetzt mal systematisch durch. Hier kann nichts mehr sein. Drei. Es muss hier sein. Hier, fünf noch. Ja, wieder oben, ne? Da war ich mir welche Richtung ausgebreitet. Ups, feuchte Knopf. Nein, sorry. Mann. Ich glaube, es wird das letzte Level in diesem Part. Immer eine Reihe, oder was? Oh, es ist doch so heiß. Ich mache eine Pause. Ich kann nicht mehr. Ups, okay. Dann war ich jetzt aber... Immer in eine Richtung, oder was? Hm. Kompliziert. So, okay. Das war so, 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 so und dann so. Dann muss das hier auch genauso sein. Okay. Ja, das Feld verkleinert sich. Die Möglichkeiten werden weniger. Drei. Okay, ist hier unten. Sorry. Dann muss das hier auch so sein, ne? Ist doch doch symmetrisch. Hm. Okay, kann nix mehr sein. Okay, ich verstehe. Hier fehlt noch eine Eins. Hm. Ah, ich sehe gerade was. Drei und zwei. Eins und zwei. Ah, ich verstehe. Ja, Leute, ich mache mir diesen Part. Schluss, es ist ziemlich heiß. Wir sind in der vierten Reihe angekommen. Ich danke fürs Zusehen und tschüssi. 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 Tschüssi.